Der Mensch ist von Natur aus böse. Wenn er dennoch gut ist, so ist es die Frucht der Kultur. Nicht von mir, sondern von alten chinesischen Philosophen. Und Sie wissen auch, Kultur braucht einen wachen Geist. Ihren Geist jetzt hier bei der Verleihung der, wie ich finde, ganz besonderen Auszeichnung Düsseldorfer des Jahres 2020 und den Geist einer ganz besonderen Preisträgerin. Wer das ist in dieser Kategorie Kultur, wir geben wieder rüber ins Areal Böhler zur Verleihung in der Kategorie Kultur. Der Düsseldorfer des Jahres in der Kategorie Kultur wird Ihnen präsentiert vom Einrichtungshaus Schöfrath. Vielen Dank, Wolfram Kruens. Jetzt freuen wir uns auf die Kategorie Kultur. Wir feiern eine Düsseldorferin des Jahres und das tue ich nicht alleine. Bei mir ist Marc Fahrich, der Geschäftsführer von Schafrath, der Sponsor dieser Kategorie, der Partner dieser Kategorie. Und als erstes freuen wir uns auf die Laudatio von Professor Susanne Gensheimer, Direktorin der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Liebe Julia, sehr geehrte Damen und Herren, für den Bereich Kultur hat die Rheinische Post als Düsseldorferin des Jahres die Sammlerin und Unternehmerin Julia Stoschek ausgezeichnet. Dazu möchte ich dir, liebe Julia, von Herzen gratulieren. Ich selbst bin noch nicht sehr lange in Düsseldorf, aber eines weiß ich, dass dir diese Auszeichnung in vollem Maße gebührt. In der Begründung der Jury wird unter anderem dein Bekenntnis zu Düsseldorf genannt. Und aus meiner Sicht ist das, was du mit der Julia Stosche Collection in der Schanzenstraße in Oberkassel geschaffen hast, eine ganz einzigartige Liebeserklärung an diese Stadt. Aber beginnen wir am Anfang. Ursprünglich kommt Julia Stoschek aus der Wirtschaft und dem Unternehmertum und ist eher über einen Zufall mit der zeitgenössischen Kunst in Berührung gekommen. Eine ihrer ersten Begegnungen war eine große und äußerst beeindruckende Videoinstallation des britischen Künstlers Douglas Gordon. Und die tiefe Faszination, die von dieser Arbeit über Leben und Tod ausging, hat die Sammlerin bis heute nicht verlassen. Diese tiefe Faszination, die Leidenschaft für die Kunst, aber auch die Gabe, die Qualität eines Kunstwerks sofort zu erkennen, das sind die Eckpfeiler, auf der Julia Stoschek ihre Sammlung aufgebaut hat. In knapp 20 Jahren ist eine der weltweit bedeutendsten Sammlungen für internationale Gegenwartskunst zustande gekommen, die heute etwa 900 Werke von über 300 KünstlerInnen umfasst und deren Schwerpunkt im Bereich der Medienkunst von den 1960er Jahren bis heute liegt. Julia Stoschek bezeichnet sich selbst als Archivarin der aktuellen Kunstproduktion. Ihr Ziel ist es, die Gegenwart aufzufangen, der eigenen Generation Ausdruck zu verleihen und gesellschaftliche, kulturelle und auch technologische Veränderungen wiederzuspiegeln. Dabei hatte Julia Stoschek immer den Mut, sich subversiver und politischer Kunst zu öffnen und die Gabe, junge KünstlerInnen, die später sehr berühmt wurden, schon vor allen anderen zu entdecken. Zu ihrer Sammlung gehören unter anderem Werke von Marina Abramowitsch, Ed Atkins, Simon Denny, Saufey, Bruce Naumann, Pippi Lottirist, Hito Steyerl, Christoph Schlingen-Sief oder Wutzang. 2007 hat Julia Stoschek beschlossen, die Öffentlichkeit an ihrer Sammlung teilhaben zu lassen und aus ihren privaten Mitteln die Julia Stoschekollection mit ihrem ersten Standort in Düsseldorf zu gründen. Sie ließ ein ehemaliges Fabrikgebäude in der Schanzenstraße in Oberkassel vom Architekturbüro Kühnmalwetzi zu einer repräsentativen Ausstellungsfläche von über 2500 Quadratmetern ausbauen. Dort werden temporäre Ausstellungen mit Werken aus ihren wertvollen Beständen gezeigt. Und man muss hier ganz deutlich sagen, diese Ausstellungen haben internationales Museumsniveau und gehören mit zum Besten, was man in diesem Bereich sehen kann. Aber die Stoschekollection der Schanzenstraße ist auch ein Ort der Vermittlung mit Führungen, Performances, Künstlergesprächen und Workshops, an dem sich die Kunstszene in Düsseldorf trifft. Ein Ort, den man hier nicht missen möchte. 2016 wurde schließlich die Dependance in Berlin gegründet, wo heute auch der Lebensmittelpunkt der Sammlerin ist. Doch Düsseldorf ist das, laut Julia Stoschek, Mutterschiff, an dem sie selbst festhält und ihr großes Bekenntnis zu dieser Stadt zeigt. Eine einzigartige Sammlung über viele Jahre an zwei Standorten zu zeigen und dies vollumfänglich selbst zu finanzieren, dies, meine Damen und Herren, ist Ausdruck eines außergewöhnlichen, großartigen Mäzenatentums. Das kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Dazu kommt, dass Julia Stoschek auch andere Institutionen und auch die KünstlerInnen selbst mit Leihgaben und Schenkungen fördert. So haben zum Beispiel wir beide schon lange vor meiner Düsseldorfer Zeit in Venedig zusammengearbeitet, als Julia Stoschek das Projekt von Christoph Schlingensief im Deutschen Pavion unterstützt hat. All dies sind Gründe, warum die Auszeichnung Düsseldorferin des Jahres nur zu Recht an Julia Stoschek geht. Und ich möchte dir, liebe Julia, nochmal von Herzen ganz, ganz herzlich dazu gratulieren. Jede Zeit hat ihre Kultur und ihre Kunst. Und für Julia Stoschek, Kind der 70er Jahre, war bald klar, spannend sind vor allem die damals neuen audiovisuellen Kunstformen. Ich bin mit diesem Medium groß geworden, natürlich auch TV und MTV war sehr prägend für mich in jungen Jahren. Und ich glaube, es passt einfach zu meiner Persönlichkeit. Ich liebe die Bewegung und Dynamik und ich liebe Bilder und Bewegtbilder ist eigentlich schon immer das gewesen, wofür mein Herz geschlagen hat. Über 800 Videos, Filme und Multimedia-Installationen von den 60er Jahren bis heute. Die Julia Stoschek Collection zählt heute zu den bedeutendsten Sammlungen von Medienkunst. Ein Schwerpunkt? Gesellschaftspolitische Themen. Derzeit wird fast die gesamte Sammlung online zugänglich gemacht. Als Ergänzung zu den Ausstellungsräumen in Düsseldorf und seit einigen Jahren Berlin. Dieser Standort wird allerdings bald wieder geschlossen. Anders das Haus im linksrheinischen Oberkassel. Düsseldorf ist Heimat und sobald ich über die Brücken und über den Rhein fahre, habe ich wirklich so ein Heimatgefühl hier. Ich mag die Menschen, ich liebe die Akademie, ich liebe die Kunstszene hier. Ich habe viele, viele Jahre hier gelebt. Mein Sohn ist hier geboren in dieser Stadt. Also insofern werden wir hier auf jeden Fall bleiben in Düsseldorf. Ein guter Ausblick für alle, die sich für die Kunst unserer Zeit begeistern. Und als Jury gefällt ihre Haltung, neue Wege zu gehen, um ihr benanntes Ziel, die Medienkunst aus einer Außenseiterrolle zu befreien und für die breite Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Zudem ist sie eine sehr bekannte Persönlichkeit in der Kunstszene, engagiert sich dort seit Jahren sehr stark. Und das macht sie für uns als Jury eben einfach zur Düsseldorferin des Jahres. Ja, und dann freuen wir uns auf die Preisträgerin, Julia Stoschek. Herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass Sie uns die Ehre geben. Ich klatsche ein kleines bisschen, genau. Den Preis darf ich Ihnen leider nicht geben. Sie wissen, Corona, er steht dort auf dem Tisch. Wir freuen uns, dass Sie da sind und hoffen, dass Sie sich auch ein wenig freuen. Ja, Sie sehen mich hier freudestrahlend, fast schwebend vor Glück. Der Preis bedeutet mir wahnsinnig viel. Ich habe vor 15 Jahren hier die Sammlung in Düsseldorf aufgebaut. Das ist immer noch die Heimat der Sammlung und auch meine Heimat. Mein Sohn ist hier geboren vor fünf Jahren. Und immer, wenn ich nach Düsseldorf fahre, sage ich nach Hause kommen. Also ich fühle mich wirklich sehr als Düsseldorferin. Das freut uns sehr. Das heißt, das bringt Sie der Stadt noch näher, als Sie der Stadt ohnehin schon sind. Vielen Dank. Also ich denke schon, auf jeden Fall, ja. Jetzt ist es ja für Sie und für den ganzen Kulturbetrieb kein einfaches Ja. Wie sehr ist denn bei Ihnen die Hoffnung da, dass wir bald wieder erkennen, dass Kunst systemrelevant ist? Also ich glaube, im ersten Lockdown war es den Menschen noch nicht so bewusst, wie wichtig Kunst und Kultur ist. Aber jetzt im zweiten Lockdown hat die Gesellschaft, glaube ich, wirklich erkannt, welchen Stellenwert die Kunst und die Kultur hat. Wir werden direkt nach dem Einzelhandel genannt und ich bin ganz zuversichtlich, dass wir wieder eröffnen können. Vielleicht ja schon nächstes Wochenende. Ja, wir freuen uns schon, wenn Termine vergeben werden dürfen und hoffen, dass Ihnen das auch Auftrieb gibt. Auf jeden Fall. Düsseldorf ist so eine tolle Kunst- und Kulturstadt. Und das übrigens seit mehr als 100 Jahren mit einem gewachsenen Bürgertum, was ich wirklich weltweit nur in Düsseldorf so kenne. Und ich glaube, die Menschen hier in Düsseldorf freuen sich sehr, wenn sie wieder in die Ausstellungshäuser gehen können. Wir freuen uns sehr, wenn wir kommen dürfen und dann auch den Preis dort irgendwo bewundern zu dürfen. Wo stellen Sie ihn denn hin? Also ich freue mich wahnsinnig. Der kommt natürlich zu uns ins Ausstellungshaus. Und damit die Düsseldorfer und Düsseldorferinnen ihn auch mal sehen können, jetzt das ganze Jahr stellen wir ihn auf jeden Fall unten in den Eingangsbereich. der Untertitelung des ZDF, 2020